Hi, heute habe ich 10 klare Antworten auf deine Frage, ist Taekwondo gut für mein Kind? Nun viel Spaß beim Video. Antwort Nummer 1. Körperliche Fitness. Taekwondo fördert Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Kinder werden fit und stärken ihr Immunsystem. Antwort Nummer 2. Selbstbewusstsein. Durch das Erlernen von Techniken und das Erreichen von Zielen wächst das Selbstvertrauen der Kinder. Antwort Nummer 3. Disziplin und Konzentration. Taekwondo erfordert Disziplin und Konzentration. Diese Fähigkeiten werden im Training geschult und übertragen sich auch auf andere Lebensbereiche. Antwort Nummer 4. Respekt und Höflichkeit. Taekwondo lehrt Respekt gegenüber anderen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Trainingshalle. Antwort Nummer 5. Selbstverteidigung. Kinder lernen grundlegende Selbstverteidigungstechniken und fühlen sich sicherer. Antwort Nummer 6. Stressabbau. Körperliche Aktivität und Konzentration auf den Sport helfen Kindern, Stress abzubauen. Antwort Nummer 7. Sozialkompetenz. Im Training lernen Kinder, in einer Gruppe zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Antwort Nummer 8. Zielstrebigkeit. Durch das Erreichen von Gürtelprüfungen lernen Kinder, sich Ziele zu setzen und diese durchzuhalten. Antwort Nummer 9. Spaß. Taekwondo macht Spaß und ist eine tolle Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Und natürlich die 10. Antwort. Ganzheitliche Entwicklung. Taekwondo fördert nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern. Zusätzliche Vorteile. Förderung der Koordination. Durch die vielfältigen Bewegungen wird die Koordination von Armen und Beinen geschult. Verbesserung der Körperhaltung. Taekwondo hilft, eine aufrechte Körperhaltung zu entwickeln. Stärkung des Selbstbewusstseins. Erfolge im Training stärken das Selbstwertgefühl der Kinder. Entwicklung von Geduld. Das Erlernen komplexer Techniken erfordert Geduld und Ausdauer. Fazit. Taekwondo ist eine vielseitige Sportart, die Kindern zahlreiche Vorteile bietet. Es fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch soziale Kompetenzen, Selbstbewusstsein und Disziplin. Wenn Sie auf der Suche nach einer Sportart sind, die ihr Kind ganzheitlich fördert, ist Taekwondo eine hervorragende Wahl. Das waren die 10 klaren Antworten. Und nun weißt du, dass Taekwondo genau richtig für dein Kind ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.